Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man eigentlich bei der Tonybox den Akku tauschen und auch wechseln kann, wenn dieser zum Beispiel immer leer bzw. auch schon kaputt ist. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Die Garantie meiner Tonybox ist bereits abgelaufen, weswegen wir diese auch schon mal mit gutem Gewissen öffnen können und hierfür am besten einfach mal auf eine Oberfläche wie zum Beispiel Laminat oder wie bei mir auf den Schreibtisch stellen und dann mit ordentlich Druck von oben das Ganze, circa eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dann hört man es an dem Geräusch auch schon, dass es sich geöffnet hat und wir können die Tonybox einfach umdrehen und sehen, dass der Verschluss auch schon unten ist. Nun befindet sich auf der Unterseite noch eine einfache Kreuzschraube, die kann ich mal mit einem entsprechenden Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn komplett lösen und wenn sie sich dann gelöst hat, dann können wir auch schon das Polster, nämlich ganz einfach von unserer Tonybox nach oben hin abziehen. Über unserem Akku befinden sich zwei weitere Schrauben, die drehe ich jetzt aber nicht komplett raus, sondern löse sie nur etwas gegen den Uhrzeigersinn. Bei mir sollte das normalerweise auch schon reichen und dann können wir mal mit dem Schraubendreher schauen, dass wir unsere einzelnen Leiter hier aus dieser schwarzen Halterung richtig entfernen. Das schaut auch schon gut aus und wir können nämlich dieses ganze Fach mit der entsprechenden Platine etwas nach vorne hebeln. Das passt normalerweise auch und dann sehen wir, dass wir hier oben nämlich unsere Leiter dementsprechend auch besser rausbekommen. Danach noch hier hinten diesen Stecker ganz einfach abziehen und wir können auch schon weitermachen. Den Ersatzakku können wir normalerweise ganz einfach nach oben hin rausschieben. In meinem Fall befindet sich hier oben aber noch so ein kleiner Hebel bzw. auch Halter. Den muss ich jetzt mit dem einen Finger einmal noch etwas eindrücken und dann kann ich hier unten mit dem Schraubendreher auch schon meinen Akku etwas weiter raushebeln. Danach dementsprechend einfach noch mit unserem Finger weiter nach oben hin rausziehen und wir haben ihn nämlich auch schon entfernt. Nun würde ich auf jeden Fall mal noch kontrollieren, ob hier beim Stecker nicht irgendwie zum Beispiel ein Leiter sich gelöst hat, der für den Refekt zuständig ist, dann könnten wir nämlich den Stecker auch dementsprechend noch wieder richtig anlöten und natürlich auch reparieren. Bei mir schaut aber alles super aus, weswegen ich einfach vermute, dass der Akku über die Zeit fertig ist und wir einen neuen Ersatzakku einbauen. Hierfür gebe ich meinen neuen Akku in umgekehrter Reihenfolge zuerst mal von oben in die Halterung rein, sodass es auch einrastet. Und danach kann ich den Stecker auch schon richtig rum in das Gegenstück hineingeben. Achte dabei darauf, dass die Leitern natürlich nicht zu stark verdreht sind und hier oben befindet sich noch so eine kleine Nase, die natürlich auch richtig rum hier unten rein muss. Ich persönlich nehme am liebsten mal zwischen zwei Fingern alle Leiter zusammen und dann kann ich nämlich auch etwas Druck auf dieses ganze Bauteil bzw. auf den Stecker geben, sodass es auch einrastet. Und natürlich anhand des Blinkens erkennen wir auch schon, dass der Akku auf jeden Fall funktioniert. Im nächsten Schritt schaue ich dann, dass ich meine Leiter wieder hinter der Platine ordentlich durchfälle, sodass sie dann natürlich auch richtig verstaut sind. Das schaut schon mal relativ gut aus und dann kann ich auch hier unten wieder darauf achten, dass ich die Leiter in meine schwarze Halterung reingebe. Der Akku und auch die Leiter sitzen wieder richtig, weswegen ich mal mit meinem Schraubendreher die zwei Schrauben hier oben im Uhrzeigersinn mit Gefühl festschraube. Das sollte normalerweise auch schon vollkommen ausreichen. Und wir können auch schon das Polster richtig rum auf unsere Tonybox drauf geben. Am leichtesten orientiert man sich einfach an dem Lautsprecher. Danach das Ganze wieder umdrehen. Bei mir ist die Schraube übrigens wieder rausgefallen. Die gebe ich jetzt schon mal per Hand hier vorsichtig rein und kann die Schraube jetzt nämlich auch im Uhrzeigersinn wieder festschrauben. Zum Schluss können wir unsere Tonybox wieder richtig verschließen. Hierfür beim Verschluss einfach auf diese zwei Nasen außen achten, dass sie natürlich auch dementsprechend bei der Tonybox reinpassen. Bei mir schaut das schon relativ gut aus. Danach einfach wieder auf unsere Oberfläche stellen mit etwas Druck von oben das Ganze im Uhrzeigersinn drehen. Das sollte auch schon reichen und somit haben wir nämlich diese auch schon wieder richtig verschlossen. Auf Funktionen muss ich es jetzt übrigens nicht überprüfen. Bei mir leuchtet ja hier oben die LED, weswegen wir unseren Akku jetzt auch schon richtig bei der Tonybox gewechselt haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Ersatz-Akku, eine neue Tonybox, weitere Tonyfiguren oder sogar so eine personalisierte Schutzfolie zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.